Wenn das Wasser runtergespült, oder was? Äh, genau. Ähm... Achso, ja, das ist ja einfach. Passt das? Nee, warte, wenn das Wasser hier ist? Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, ich muss noch einer nach vorne. Warte mal. Nur eben kurz den Wasserlauf testen. Hä? Ja, ich will mal testen, ob das Wasser da ganz rüber läuft. Wenn das nämlich hier ist, wo dieser, ähm... Ja, so oder was? Nee, nee, Moik. Da muss ich Wasser... Wenn die Wasserquelle da ist. Dann... Nee, das ist ein zu wenig. Das ist ein zu wenig. Das heißt, die Wasserquelle muss... Hier. Hier sein. Okay. Das heißt, die Pistons brauche ich da. Mach mal dein Wasser wieder weg. So. Da müssen die Pistons hin. Oh, das wollte ich nicht aufmachen. So. Genau, dann machen wir die unten rein, ne? Was? So, oder was dann, ne? Ähm... Ausgef... Dann... Eigentlich müsste es noch ein Tiefel... Wenn du die auf die Höhe machen willst, dann machen wir kein Gravel drauf. Funktioniert auch. Muss ja nichts da drauflegen, aber... Ja, du kannst die einfach so benutzen. Ist ja egal, das sieht man ja im Prinzip gar nicht so großartig. Ja, weil wenn sie dann ausgefahren sind, dann halten sie das Wasser ja auch zurück. Ja. Ne, dahinten muss es liegen bleiben. Also kommt das so. Genau, und dahinten muss das drauf. Da kommt dann das Wasser drauf. Und dann muss ich aber noch Leitungen legen. Wo legen wir die am besten her? Hm... Warum musst du das jetzt wegreden? Achso, ich dachte gerade da... Ach nee, da muss ja das Wasser... Wir müssen wirklich einen tiefer. Das geht nämlich sonst gar nicht. Ja, stimmt. Sonst können wir die gar nicht wirklich anschließen. Doch, kann man anschließen. Pass auf. Hast du Redstone? Gib mir mal kurz Redstone. Ach, man kann hier einfach einen runter machen, ne? Man kann einfach hier unten runter in der... Redstone-Liege herlegen, ja. Ja, da müssen wir ja eh... Eigentlich Repeater dran, oder nicht? Hm... Ne, nicht unbedingt. Hast du mal Redstone? Gib mir mal her. Ah, kommt fast an bei mir. Hast du aufgehoben. Hast du. Jetzt hab ich, ja, ja. Ist gut. Vielleicht komm ich denn bis dahinten nach. Nur drei, ist schön. Ne, vier. Vier? Vier sind doch richtig, ne? Eins... Wir müssen eh unterirdischen Scheiß machen. Ja, das sowieso. Weil der Knoppe ja da hinten irgendwo... Ah, Wasser! Moment, da muss ich mal eben kurz noch tiefer. Um hier durchzukommen halt noch. Wo tun wir denn den Knöppes hin? Ich hol mal so einen Knöppes. Das kann ja auch ein Schalter sein, ne? Da muss ja kein... Richtig. Also, ein Druckschalter, meine ich. Ach so, Druckschalter, genau. Das müssten wir als letztes halt schließen. Hm, haben wir denn so einen Button hier noch rumfliegen? Natürlich nicht, ne? Nö, warum auch? Das wäre ja zu einfach. Ach, Kacke, wie geht denn die Fieke nochmal? Da. Button. Push the button. Heile, geschwind. Bams. Feuerbälle. Ist die Oden gar nichts mehr hier. Verdammt. Mach ich überhaupt. Ähm. Jetzt muss man eben raus hier. Äh, die Frage, wo kommt der Knöppes hin? Ja, er kommt hier vorne hin. Ja, ja, ich arbeite gerade nur wo. Das weiß ich auch noch nicht. Am besten, äh, eigentlich kann man den hier so... Hier holen wir den. Am besten, wir machen das mit einer Druckplatte. Das war jetzt doof. Wo ist das Wasser? Das Wasser endet da. Okay, dann kann ich hier noch ein tiefer. Nein, Wasser, Wasser, verdammt. Dann muss doch noch ein tiefer. Ja, dann wird es ganz schön tief. Dann müssen wir die Knöpfe irgendwie hinten wieder hoch machen. So, ich muss mal gucken, wo komme ich denn hier? Kann ich hier schon wieder drauf? Äh, da oben ist Wasser, okay. Ah, da ist mein Gang, den ich gerade auch schon gegraben habe. Aber es ist perfekt. So, ähm. Aber damit ich da hergehen kann, muss ich es leider noch ein tiefer machen. Sonst kann ich ja nicht hergehen. Ah ja, gut, so geht's. Hast du einen Repeater, hast du, ne? Ja. Ach, was ist denn jetzt hier gribbelt? Hast du das, das ist ja wie ich. Nein, das wollte ich nicht. Verdammt. So, hier müssen wir mal einen Repeater hin, denke ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Da muss noch ein Repeater hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben bin ich hier hinten erst mal. Hast du mal zwei Repeater? Ich versuch gerade, ich mach das mal mit diesem komischen Button. Ich überleg mir gerade mein Button hier. Du überlegst dir was? Mach mal. So. Dahin. Und da, dahin. Also schon, ich liebe es, was zu bauen, was ich auch nie vorher so richtig getestet habe. Diese, die habe ich nicht getestet. Okay. Wie weit ist denn das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben bin ich hier. Ich muss da denken, dass die Repeater auch so verlaufen müssen, wie... Jaja, das ist mir schon klar, du. So. Hast du angeschlossen? Ja, ich smash mal den Button. Ach, ich muss ja noch einmal negativieren. Toll, scheint nicht zu funktionieren, ne? Doch. Was, mach nochmal? Ach so, bis... Die Pistons müssten ja sonst schon ausfahren. Ach so. Drück mal. Ja, habe ich das schon gerade, das geht nicht. Ich frage jetzt, wo bleibt es hängen? Drück mal den Klappen. Ist das nur ein Button oder ist das ein Schalter? Ja, ich mach da jetzt mal ne Redstone-Fackel hin. Habe ich natürlich jetzt nicht mehr in der Tasche, aber kann ich ja noch eben machen. Für Dauerfeuer, Abenteuer. Ja. Ich frage jetzt mich, sonst wo hängt es? Ich dauerfeuer drauf. Okay, ich brauche auch noch eine Redstone-Fackel rein, weil ich muss ja irgendwie... Leuchtet hat es noch nicht funktioniert. Ah, es leuchtet, verdammt. Ja, du musst da echt Repeater dran machen. Das ist aber ärgerlich, weil dann passt das nicht. Dann müssen wir halt einen tiefer. Ja, das ist doch kein Ding. Müssen wir tiefer und noch einen Grappi drauf machen. Ja, okay. Das heißt, den weg, den weg. Ich dachte, das würde so funktionieren, ey. Klatsch. So, dann müssen wir die noch einen tiefer. Das heißt, dahin. Ne, jetzt machst du wieder aufs gleiche Höhe, du. Ne, ist doch richtig. Entschuldigung. So, stimmt. Es war ja schon tiefer, weil wir ja jeweils da unten liegen hatten. Jetzt mal einen hast du. Hm, hast du recht. Ja, dann klatschen wir mal hinten. Da brauchen wir noch jede Menge Repeater. Und das muss dann... Na, Repeater habe ich ja. Genau, da müssen wir noch einen... Ja, und da muss die Redstone-Leitung her. Ja, ich mache mal ganz kurz, das hier alles weg. Das ist ja voll nervig. Da macht man gleich hinterher, macht man dazu. Ja, ja. So, wub, 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 wub. Ich habe keinen Redstone mehr. Fehlt mir auch einen Redstone am Ende. Ja, ja. Was schon. Und eine Fackel brauche ich dann bitte noch. Ich brauche noch eine Fackel. Wofür das denn? Gib mir eine Fackel. Weil Strom anheißt, die Dinger müssen runterfahren und nicht hoch. Von hier aus komme ich ja nicht mehr dran. So, andere Seite. Kannst du aber hier so machen. Unter Tage. Ach, hör auf. Ich weiß schon, was ich brauche. Oh. Oh, dieser Repeater ist im Weg. Was hast du denn gemacht? Du bist ja so behindert. Ich hasse dich. So macht man das, wenn du überhaupt. Ja, du hast den Redstone so gelegt. Und so eine Blockade, dass man dann bloß nicht mehr nach unten kommt. Nie mehr. Um mal was nachzubessern. Ja, man hätte ja von anderen Seite reingekonnt. Geh mal weg hier. Achso, jetzt willst du da ausgerechnet und Repeater machen. Cool. Dann mach doch noch eine Redstone-Leutung vor, bitte. Hast du Redstone neu gemacht? Ja. Wo muss die dann aus sein? Achso, die muss ja dann aus sein. Okay. Alles ist gut. Dum, dum, dum. Gut, die sind aus. Ah, natürlich sind die noch aus. Aus ist richtig, genau. Wenn ich dann jetzt den Button hier hinten dran mache. Der ist ja da dran, ich muss das ja nur noch verbinden. Dann sind sie oben, alles ist gut. Wenn ich jetzt drücke, müssten sie hochgehen, ne? Na, runter. Runter, genau. Tun sie das auch? Ja, tun sie. Tun sie das schön? Tun sie das herrlich? Es ist fantastisch. Es ist fantastisch. So. Da sind die Dinger hier. So, hast du Wasser-Eimer? Mhm. Dann öffne ich so. Ja, mach das einfach so jetzt. Ja, das war falsch gesetzt. Jetzt hast du es noch richtig gemacht. Blup. Blup. Na, P, nur einer. Lol. Machst du denn hier? Hör auf. So. So, funktioniert. Fertig. Dann geh mal Knöpsche. Dann geh ich mal da Knöpsche drücken. Mach mal. Müsste aber eigentlich gehen. Ja, das musst du... Ah, Button ist schlecht. Ist ja gut. Ja, theoretisch funktioniert das zum Abenden ist auch toll. Aber danach, das reicht nicht, irgendwas alles runter zu schwimmen. Da musst du nämlich doch hingehen und hier alles einsammeln. Ja, dann machen wir das Schalter. Ja, da muss ein Schalter dran. Weil das muss nämlich länger anbleiben. Hilft nix. Aber. Ja, bis das alles runter geschwimmt wurde. Das machen wir aber. Doppel. So, ja, das ist dann jetzt hier verlegt. Okay, so, so, so. Das heißt, wir können es einfach hier so machen. Ja, das kannst du ja genauso lassen. Musst du einfach nur einen Schalter machen. Ja. Natürlich keinen. Jetzt müssen wir mal hier runter gucken. Das Wasser nochmal reparieren hier. Das ist nämlich noch falsch. Hab ich noch Fäde gelegt, das Wasser? Hätte ich gar nicht wieder zurückgemusst, aber egal. Gerade vergessen, da hatte ich alles für einen Schalter auf der Schalter. Aber ich dachte, wir hätten vielleicht nur einen rumfliegen. Hätte ich jetzt keinen machen müssen. Mach ich das so? Genau. Aha, aha. Das muss nochmal kurz weg. Funktioniert. Mach mal bitte aus. Warum denn? Was machst du denn? Ja, das Wasser ist da drunter noch nicht richtig. Das ist doch egal. Nee, dann werden die Items nicht hier mit dir gespült. Und hier rauscht das in der ganzen Zeit. Das will ja auch keiner hören. Vielleicht will ich das aber hören. Ja, dann bau dir dein eigenes Ding. Vielleicht mach ich das auch. Ich spring gerne auf den Feldern rum. Das ist egal, müssen wir gleich nochmal umgraben. Was ist das denn für ein Loch? Das geht so nicht. Ach, was mach ich denn? Ich hab jetzt... Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das Wasser muss fließen hier. Das geht sonst nicht. Das fließt nämlich sonst in die Seite rein. Was muss fließen? Ach, das muss fließen. Tut das da jetzt oder nicht? Nee, ja, das Problem ist, wenn jetzt hier Items runterfallen, das hier theoretisch passieren kann, beziehungsweise hier überall, dann laufen die genau bis hier in diese Ecke. Dadurch, dass das Wasser, was von hier kommt, in die Seitenkanäle reinfließt. Verstehst du? Ja, da machst du halt hier zu. Ist doch egal. Du brauchst hier nicht bis zum Ende... Stimmt, man kann ja einfach zumachen, genau, du hast ja recht. Stimmt, am Ende brauchst du ja sowieso nicht, weil da ist ja Wasser. Du hast recht. So, wo hab ich jetzt meine Half-Stacks? Half-Stacks da. Ich hab da unten ein Wasserweg gemacht. Oh mein Gott, hab ich failgeklickt. Ich bin so ein Noob, ey. So. So, da. Da hast du nur noch Half-Stacks drauf liegen gehabt, ne? Ja, aber richtig. Ja. Beziehungsweise, da musst du doch jetzt... Hier ja so. Oder was? Keine Ahnung. Irgendwann stimmt hier nicht. Doch, das sieht so gut aus. So, weil da mal sowas angespült wird, würde ich sagen... So, ist das richtig. Da noch eine Erde hin und da noch eine Erde hin. Das haben wir die ganze Nacht durchgearbeitet. Und da auch noch, bitte. Herrlich. Funktioniert. Das war ja schnell gebaut jetzt. Ja, jetzt machen wir dann noch die Verkleidung mit Holz an der Seite. Da müssen wir auch noch mal Half-Stacks holen, ne? Würde ich sagen, damit das auch schick aussieht oder was? Also, die Erde weg oder was? Und dann Holz da, Half-Stacks hin? Ja, da können wir ja ein normales Holz sogar hinmachen. Färten wir gerade ein. Ja, das sieht, glaube ich, auch ganz gut so aus. Ganz gut aus. Dann hole ich mal einen Holz. Bring mal ein paar Knochen mit, damit wir die Melonen zum Wachsen kriegen hier. Ach egal, die sollen irgendwann wachsen. Brauche ich keinen Mensch, wie gesagt. Na gut. Äh, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich holen. Holz. Holz, Holz holen. Ja, aber Holz. Das Holz hat mir nicht reichen. Haben wir denn noch was da? Komm, dann haben wir erst mal genug für da. Ich finde es immer noch fabelhaft, dass wir überall hier diese Dinger am Boden haben. Ja, finde ich echt gut. Das sieht nicht kacke aus und ist einfach nur mega praktisch. Ja, das habe ich echt nicht gerne gemacht. Überall, wo man das nicht hat, mittlerweile, egal wo man was baut, und vermisst man das hier so ein bisschen. Ja. Man kann natürlich noch so Gewächshaus-Feeling jetzt hier rüberbringen. Jetzt habe ich natürlich keine... Damit ich nachts auch noch wachsen, so ein bisschen Lampen einbauen und sowas. Ja, das war jetzt nicht so unbedingt der Hintergrund.